hallo und herzlich willkommen zu einem neuen let's play von minecraft pixelmon die neueste version ist drin wir haben noch ganz viele anderen mods die ich von meinem draromo pack noch habe und ich habe ein paar mods danach heraus gehauen wo einfach nichts mit pixelmon zu tun hat also eher mit monster zu tun hat und die gibt es ja in pixelmon sozusagen nicht kann man einstellen aber möchten wir nicht und ihr seht die meisten sind baumots ich werde wahrscheinlich eine pokémon region machen mit euch zusammen ich werde live streams machen von diesem projekt wo wir bauen und ich werde videos machen wo wir meistens auch pokémon jagen und trainieren und wir werden immer wieder ein paar häuser bauen am anfang eine farm dann ein dorf das mit käfer zu tun hat weiter dann ein anderes dorf mit einem anderen element pokémon typ und irgendwann mal viel größere städte bis sie dann zu ja weiß nicht was kommt und müssen einfach bedenken es kann eventuell einfach sein dass wenig zuschauen ich bin keine werbe mache und mit kanto also drago und kanto der kanto oder kanto mit die region heißen und es wird viel männliche viel erwachsener sein und auch weibliche und das haben wir noch mal kurz wir haben noch ultra dimension sonst haben wir nichts wir machen mal mit bonus truhe und ich hatte vor einer testwelt einen perfekten sieht aber ich verwende ihn nicht der einfach ganz eine flache ebene war auf mehrere hundert meter und noch ein bisschen wasser viel wasser aber jetzt vielleicht finden wir sogar ein besseres biome start biome genau ok das ist eine mark von fans erstellte modifikation ok willkommen in der welt von pixelmann vielen dank für die installation dieser modifikation jetzt wähle ein start pokémon ich habe ja mit der eule das letzte ja noch nicht so lange her ding ist dieser hier bauts und heute möchte ich gerne eines nehmen das gar nicht mal so beliebt ist bei den fans oder doch eher schon leider nicht fliegen kann ich nehme es nicht oder doch es kann nicht fliegen ich nehme glumander das nimmt fast jeder pixelmann spieler wir nehmen auch die katze ist eigentlich cool lamiau ich kenne mich natürlich aus aber ich kann jetzt nicht immer die namen sagen ich möchte irgendwie so eins nehmen also wirklich eins das nicht so bekannt ist bei vielen eigentlich ist ja robbal eines der ja momentan am meistge ja unterschätzt also ja untergenutzten ey ich bin ich bin einfach ein karnimani fan ich nehme karnimani oder ich nehme hydropi die tropi hat eine viermal schwäche gegen pflanzen der pinguin ich glaube automaro ist auch relativ nicht so beliebt ich kann mich nicht entscheiden karnimani ist einfach etwas was mich vielleicht ein bisschen motiviert weil es physisch angreift ja ich nehme ich würde gerne glumander nehmen wegen drachen aber drachen sind so beliebt deshalb nehme ich am anfang jetzt mal nicht so drachen und nehme karnimani so vielleicht ist es eine schlechte wahl aber ich muss jetzt nicht am anfang schon so mega gut sein dass es für uns zu leicht ist also wir haben wieder eine ebene und einfach geil oder spawn und tun das auch wieder lila machen weil ich ja nicht so gerne lila nehme so unten ja da wollte man einfach ein bisschen leichter haben und bekommt schon mal das perfekte zeug über ja ich tue jetzt mal gar nicht so viele sachen hast du drüber nehmen aber endlich mal pokébälle schon am anfang das ist eigentlich das wichtigste oder direkt am anfang pokémon fangen einfach geil also sonderbauer sowieso nicht das holz können wir noch rausnehmen gut dankeschön kiste leider hat das siedeln nettle die anderen fackeln entfernt wir müssen noch viel einstellen deshalb müssen wir jetzt mal kurz schauen mit was wir das machen mit k das ist ding also ist der pass irgendwo waren die einstellungen für pixel man ja das müssen wir noch kurz schauen dann mehr spiele verschieden mehr spiele verschieden schank schon mehr mit kreis kreis pixel man ähm kreis wir müssen machen dass die moths nicht angreifen sonst nerven die kämpfen natürlich immer hier fals und einfach die anzahl maximal pflanzen mach ich mal doppelt zu viel glaub kaum dass es so stören wird dann Röhrenwuchs ist wahrscheinlich, machen wir da mal zwei, vielleicht ist es einfach die Ultradimension Tore. Vanilla Mops. Ich mache mal die Tiere an, da müssen wir weniger farmen. Wir haben ja auch Peaceful am Anfang. Und das müssen wir dann unbedingt umstellen, wenn wir dann mal Hunger haben. Aber ich werde mal Hunger einfach aushalten, ausmachen. Wir müssen jetzt nicht unbedingt extra essen. Also das ist jetzt nicht so wichtig. Beim Reiten möchte ich kurz was schauen. Ich möchte schon ein bisschen schneller reiten noch können. Doppelt so schnell. Und das andere Zeugs im Spawning. Für shiny ist lass ich. Das ist Cheaten. Alles was Cheaten ist, werde ich nicht verändern im Let's Play. Aber die Spawn-Ratte mache ich mal auf 800. Was ist 800? 768 glaube ich. Ja, das muss ja nicht Ding sein. Ich mache einfach mal 888. Spawn-Ticks mache ich mal auf doppelt so hoch. Ich hoffe. Spawn-Chance. Machen wir mal auf 9. Dreimal so viel. Aber das reicht. Mehr machen wir nicht. Ich verstehe. Okay, dann machen wir einfach den nächsten Part, dass es dann an ist. Zuerst nehmen wir noch ein bisschen Loot mit. Wildbeerenbushes sind sehr gut. Aber wir haben ja keinen Hunger. Jetzt muss ich die nicht mitnehmen. Und wir gehen. Also hier machen wir unsere Farm. Und wir gehen jetzt einfach mal. Wir haben genug Holz. Ja, so ziemlich in eine Höhle direkt. Oh, da ist schon mal ein großes Gebäude. Ein Poker Center. Das ist sehr gut. Ja, wir werden eben sehr viel auch bauen. Wir werden, ich denke, sehr viel Pokémon trainieren. Sehr viel Pokémon leveln. Wir werden so Dimensionen machen mit Mistcraft. Und wir werden sehr viel unterschiedliche Sachen machen. Und ihr dürft wählen, was wir machen. Wenn ihr schreibt unter einem Video, das aktuell ist oder so. Ich möchte gerne, dass du das mal machst. Dann kommt es im nächsten Video. Wenn ihr in ein älteres Video schreibt, dann wird es einfach später kommen, bis ich die Folgen wieder hochgeladen habe, oder? Und deshalb ist das Projekt sehr interaktiv. Ich werde natürlich sehr viel mit euch zusammen machen in Livestreams. Ich werde wahrscheinlich ganz abends und so Livestreamen können manchmal. Vielleicht auch am Morgen manchmal. Und ich versuche es einfach mal auf YouTube zu Livestreamen, damit ich einfach den Kanal hier noch ein bisschen pushen kann. Weil ich auf Twitch jetzt einfach wegen Livestream-Pausen gar nicht so aktive Leute habe. Ich muss mal schauen, ob ich da mit dem Handy reinkomme, dass ich die Kommentare vorlesen, also sehen kann, oder? Und ob ich, ähm, ja, oder einfach alles auch gut starten kann und so weiter. Also es wird wahrscheinlich heute Debatte geben und am Abend schon Livestream. Immer so ungefähr 17, äh, 19 bis 20 Uhr wird der Start sein. So, wir brauchen noch ein bisschen Stein. Wir werden einfach unterhalb oder so ein bisschen in der Welt farmen, aber alles andere werden wir nicht farmen. Außer wir brauchen bestimmte Sachen aus der Welt, weil sie in den Dimensionen nicht spawnen. Ja, also zuerst einmal Werkbank, dann direkt meine Steinspitzhacke ersetzen und dann noch ein bisschen Stein farmen für einen Ofen. In der Ofen, zuerst einmal mit der Spitzhacke befeuern. Und zwar machen wir... Ah ja, das Eisnerz habe ich gar nicht abgewandelt. So, da haben wir den ersten Modded Stein, der Schiefer aus Rustic. Okay. Irgendwas hat jetzt gerade gekracht, aber das sind einfach Ambience Sounds. Ich hoffe, es ist nicht zu leise, sonst mache ich es wieder zu lauter. Aber es hat mich ein bisschen gestört, dass, ähm, ja, viele Geräusche noch richtig gut meine Stimme überhören, übersteuern, oder? Also lauter sind als meine Stimme. Und deshalb ist es ein bisschen leise jetzt im ersten Part, um zu schauen, wie, ja, die Geräusche jetzt noch zu hören sind, oder? Also ich würde ja gerne, ähm, da euch noch ein bisschen den Sound besser anstellen, aber das ist einfach schwer. Auch weil ich die Videos immer hochladen muss, weil das, ja, Aufnahme, also das Videoprogramm einfach zu leise ist und so. Also, der gar nicht lauter stehen kann, als es kaum zu hören. Und deshalb, ähm, ja, wird wahrscheinlich der erste Part noch nicht so gut eingestellt sein. Aber bitte Feedback geben, damit es auch besser klappt. So, wir brauchen relativ schnell Federn und wir brauchen relativ schnell, ähm, Leder. Deshalb müssen wir die verschiedenen Pokémon, die die Tropen mal angreifen. Und dann eigentlich direkt auch schon mal etwas Leichtes bauen, anpflanzen und so weiter. Aber zuerst mal leichte Pokémon holen. So, dann nutzen wir hier mal einen nächsten Waypoint mit Lager 1. Und schauen kurz noch das Gebäude an. Das interessiert mich jetzt echt. Sorry, wir schlagen, Bonita. Äh, das ist hier. Ah, ein Dorf ist auch noch hier, sehr gut. Und, ja, wir haben eigentlich einen perfekten Start. Kommen, wir beenden das Projekt. Nein, das ist ein langes Zeitprojekt. Es wird Ewigkeiten dauern, bis ich aufhöre. Egal, ob niemand mehr zuschaut. Ich werde es weitermachen. Also, die Tiere sind da. Das ist mal gut. Ähm, wir brauchen es einfach für den Loot am Anfang. Also, ich werde es vielleicht dann wieder ausstellen. Gebt mir Feedback. Was soll ich machen? Was soll ich ausstellen? Was soll ich ändern? Oh, die sind leider schon dispawned. Ja, nimm es. Und so weiter. Was ist jetzt das? Das ist eine Arena. Psychik. Mystic Gym. Unser Trainingsleiter hier war ein brillanter Student. Er hatte im Unterricht immer die richtige Antwort. Wahrscheinlich, weil er psychische Kräfte hat. In der Tat, weil... Weiss er wahrscheinlich, dass du kommst. Schreibt bitte nie Doppel-S. Es wird in... Es wird in Minecraft nicht angezeigt, liebe Motter oder Übersetzer. Wie auch immer, dieses Gym hat unsichtbar erwähnt. Versucht den richtigen Weg zum Trainingsleiter zu finden. Okay, das wird unser Haus. Ja, hat unsichtbar erwähnt. Wir haben hier ein zu grosses Kamau. Und... Ja... Wir haben hier ein Dorf. Oh, das war jetzt hier ein Leck. Wir haben noch ein anderes Mod-Haus. Ein anderes Mod-Haus. Und die haben immer noch 20% Leben, oder noch weniger. Ja, sehr Luxusgüter. Ja, wunderbar. Brauche ich nicht. Tschüss. Mr. Benson, willkommen in meinem Pokémon-Markt. Ich hoffe, du findest etwas, das du magst. Ja, aber ich habe kein Geld. Ah, ich könnte verkaufen, aber nö. Dann haben wir hier eben ein Haus, das aus einem anderen Mod kommt. Aber ich weiß nicht genau, welchen Mod. Und scheinbar Actuali... Ja, Actuali Editions. Editions. Kompost. Okay. MT ist leer, heißt das, glaube ich. Blau Lampe, cool. Ja, Raps. Schwarzes K. Quarzärz. Laser, ja. Den kenne ich doch mal durch. Schauen wir mal kurz, ob es etwas in der Kiste gibt. Borkern. Eisengehäuse. Das brauchen wir alles nicht. Aber die Holzgehäuse sind gut zum Lagern. Die nehmen wir mit. Die kann man nämlich immer wieder mitnehmen. Das ist wie eine Ender-Chest. Oh, cool. Okay, dann gehen wir... Ja, Pokémon-Sendis sind wir hier oben. Genau. Da gehen wir natürlich gerne. Hier ist auch ein Natura-Haus. Äh, ein Forestry-Haus. Über zwei Mods tue ich immer wieder verwechseln, was ich sage. Vom Namen her. Ähm, es ist, glaube ich, schon geheilt. Aber gut. Hat sich auch irgendwie optisch verändert, gell? Krankenschwester. Krankenschwester, schon. Lasst mich diese Pokémon für dich heilen. Ja, das habe ich schon gemacht. Beleben nehmen wir mit. Ist wichtig. Super-Tränke nehmen wir mit. Ist auch wichtig. Und normal-Tränke kann auch mit. So, F ist auch wichtig. So, zu viele Sachen im Hütter. So, dann hätten wir einen bunten Garten hier und der erste Waypoint. Kröiret Desert. Prima. Haben wir noch Zeit? Ja, noch locker. Für den Don-Dungeon. Hier hätten wir noch ein paar Palmen. Das sind auch, sieht auch mega schön aus. Und jetzt müssen wir mal kurz sie hochbauen. So. Bin mal gespannt, wie es ankommt, das Projekt. Ich werde sehr viel machen. Ich werde das Projekt, also die Mods, jetzt auch nicht mehr wechseln. Oder ja, schon wechseln. Aber jetzt nicht unbedingt ein neues Projekt mit Mods starten. Falls ihr aber doch etwas anderes sehen wollt. Ja, ich bin halt nicht so der Typ. Ich bin eher so der, ja, gemütliche Typ. Weil das keine Monster, ja, kein Monster will. Oder der keine Monster will. Und, ähm, ja. Ich werde halt einfach auch ein bisschen schauen, dass ich da wirklich Langzeitprojekte machen kann. Und nicht nur so mega Kurzprojekte. Ich habe in letzter Zeit auch machen musste, weil ein paar Mods echt schwer waren. Verpackt waren und so weiter. Ja. Ein Barspiegel. Okay, was ist ein Barspiegel? Keine Ahnung. Wir nehmen jetzt nur das Richt... Ja, ja, das praktischte mit. Ich hoffe, das ist nicht so ein OP-Item. Ja, wow. Ja, wow. Sehr viel Information. Wow. Dankeschön. Das war heftig. Das war heftig. Ja, und Fäden brauchen wir auch. Ja, und hier haben wir eigentlich nur noch das verzerrte Buch, diese Bären brauchen wir ja nicht. Und jetzt bauen wir uns wieder mit Sandstein hoch, weil ich sehe kaum etwas, wir haben leider keine Fackeln. Ja, Kohle hätte ich noch mitnehmen sollen, aber, ja. Gut. Ja. Finde ich sehr toll, also es gibt auch optische Mods drin. Es gibt eben Tiere, dank dieser Einstellung. Wir haben doch Hunger, also... Ah, es ist auf normal, ja, ja. Okay, machen wir wieder auf peaceful. Obwohl, ja, je nach Welt, also, je nach... Ja, je nach Welt, dann anders ist es natürlich blöde. Aber jetzt haben wir hier auch... Mago Bären. Okay. Aha, macht die Geschwindigkeit langsamer oder so. Hm. Dick da. Ich denke, wir starten jetzt mal ein bisschen weiter weg von der Stadt, vom Dorf. Und, ähm... Irgendwo, wo es flach ist. So schön am Meer wohnen. Ich wusste gar nicht, dass ein Meer hier ist. Also man hat es nie gesehen. Gut, am Meer würde eigentlich auch nicht schlecht sein. Und vielleicht aufs Meer raus, äh, dann ein Haus bauen. Schiff dazu und so. Ich denke, wir haben eigentlich gute Ideen. Ihr dürft natürlich auch gerne Ideen einbringen. Kein Problem. Ich mache gerne... Ich bin gerne der Sklave, wenn ich als Let's Player auch glücklich bin. Ich bin natürlich immer glücklich. Aber damit ich auch glücklich bin, möchte ich gerne eure Taten und so sehen. Also wir machen das direkt hier am Spawn, denke ich mal. Aber machen wir dann die Sichtbarkeit des Waypoints auch aus. Nur die Sachen, die wichtig sind. Also wir haben hier ein Savanbium. Das ist nicht schlecht. Ich möchte eigentlich hier ungefähr das Haus bauen und hier die Weite. Deshalb lassen wir uns hier oben nieder. Also es ist gar nicht oben. Es sieht nur so aus, weil es hier runter geht. Ja, ich denke wir machen uns hier gemütlich. Müssen aber noch die anderen Sachen holen. Aber jetzt mache ich zuerst einmal die Holzgehäuse hin. Jetzt haben wir hier immer Probleme mit dem Platz. Was ist jetzt blöd, dass man hier... Ah, das sind gar keine Kisten. Das sind einfach nur Gehäuse. Und die gehen kaputt. Was ist denn das? Okay, dann müssen wir doch kurz mal alles hier machen. Ja, ich zerstöre die einfach. Die findet man sowieso genug. Wenn man die nicht abbauen kann. Versteht auch wirklich nicht, ob sie abbaubar sind und so. Es gibt manchmal noch ein paar Performance-Probleme. Keine Ahnung wieso. Aber wenn ihr wisst, wie man die eigentlich so ein bisschen vermeiden könnte, bitte unbedingt in die Kommentare schreiben. Weil scheinbar ist es einfach, wenn Pokémon spawnen, vielleicht die Spawn-Rote wieder ein bisschen runter stellen. Ja, man weiß es nie. Okay. Okay. So. Den setzen wir gleich mal. Und... Ja. Wir kommen dann gleich mal zu einem Ende, denke ich mal. Den ersten Part. Ja, noch ein bisschen. Das Wichtigste ist jetzt eigentlich, dass wir die Beeren finden, die... Ja, sozusagen... Wie heißen sie jetzt immer wieder? So ein Pokébälle einfach herzustellen. Apicocos, genau. So. Da wir Oliven eigentlich gebrauchen können, pflanzen wir die mal hier. Und ähm... Greifen doch nochmal ein paar Pokémon an, die relativ leicht sind. Man sieht leider die Schrift kaum. Die kann man auch irgendwo einstellen. Äh, was haben wir hier für eine Taste genommen? Grafik. Das kann ich auch hoch bleiben, oder? So. Wir heiligen also externe Daten. Allgemein. Ja. Ein bisschen... Am besten auch ein bisschen erklären, was ich da für Sachen einstellen müsste. Für OPs bin ich OP schon. Ja, also ich finde es jetzt nicht, wie man einfach Schriftgröße machen kann. Hm. Ja. Ich finde es nicht. Okay. Also, dann müssen wir auf einmal wieder nahe an den gehen, an die Ding, oder einfach auch zoomen. Und dann sind halt einfach keine Pokémon da, wie Voltilam. Wo wir einfach auch Sachen bekommen. Zum Beispiel Wohle für ein Bett. Gut. Ja. Dann bis zum nächsten Part. Euer Drago Basler. Tschüss.